Hallo Leute und willkommen zu meinem Unboxing von den neuen iPhones 14 Pro und 14 Pro Max. Ich habe die iPhones pünktlich zum Verkaufsstart erhalten, werde sie in diesem Video auspacken, euch von meinem ersten Eindruck berichten und alles zeigen, was ihr über die neuen iPhones wissen müsst. Wir haben jetzt hier also die direkten Nachfolger von 13 Pro und 13 Pro Max. Wie vielleicht manchen von euch aufgefallen ist, ist die Verpackung dieses Jahr weiß, während sie letztes Jahr bei den 13 Pro Modellen schwarz war. Und ich würde sagen, bevor wir uns das iPhone jetzt genauer ansehen, werfen wir noch einen kurzen Blick auf den Verpackungsinhalt. Da hat sich jetzt aber auch nicht wirklich viel verändert. Ein Netzteil ist nach wie vor nicht beigelegt, sondern eben nur dieses Lightning auf USB-C Kabel. Und ansonsten haben wir hier noch die Nadel für das SIM-Kartenfach und einen Apple-Sticker. Kommen wir jetzt aber zu den iPhones selber. Die sind hier sehr schnell ausgepackt, da fehlt nur noch die Folie auf der Vorderseite. Und die zwei Farben, die ich hier habe, sind die zwei neuen Farboptionen. Auf der einen Seite haben wir Space-Schwarz und das hat das Grafit der letzten Jahre ersetzt. Und auf der anderen Seite haben wir die neue Farbe Dunkellila. Das Space-Schwarz ist definitiv dunkler als das Grafit, das kann ich schon mal so ohne Vergleich sagen. Also wer sich hier vielleicht eine nochmal dunklere Option gewünscht hat, der bekommt das hier finde ich auf jeden Fall mit diesem Space-Schwarz. Bereits als ich die ersten Hands-On-Videos direkt nach dem Apple-Event gesehen hatte, hat das Dunkellila auf mich schon einen guten Eindruck gemacht. Doch jetzt, wo ich es hier in der Hand halte, gefällt es mir nochmal besser. Natürlich muss man es mal grundsätzlich mögen. Aber es ist ein sehr dezentes Lila, es sticht einem nicht zu sehr ins Auge, es ist nicht zugesättigt. Aus manchen Betrachtungswinkeln nimmt die Sättigung dann sogar ab. Da ist es dann teilweise sogar eher gräulich, bisschen farbloser, das Lila rückt also in den Hintergrund. Und aus anderen Winkeln ist es dann wieder mehr zu sehen. Ansonsten gibt es wie auch zuvor noch die Farboptionen Gold und Silber. Das Design hat sich übrigens nahezu nicht verändert. Die neue Aussparung oben im Display, die Dynamic Island, ist natürlich das eindeutige Erkennungsmerkmal hier. Auf der Rückseite merke ich hier im Vergleich zum 13 Pro Max definitiv, dass das Kameramodul größer geworden ist. Nicht nur größer, sondern auch dicker, wie man hier sehen kann. Also das steht jetzt nochmal weiter aus dem Gehäuse raus. Kommen wir als nächstes zum Display. Das hat nach wie vor eine maximal typische Helligkeit von 1000 Nits. Bei HDR-Inhalten allerdings kann es jetzt eine Helligkeit von bis zu 1600 Nits erreichen, statt zuvor 1200 Nits. Und ganz neu ist jetzt, dass es, und so gibt es Apple auch an, im Freien bis zu 2000 Nits erreichen kann. Zumindest ist hier von einer Peak- oder Spitzenhelligkeit die Rede. Aber bereits hier und im Freien bin ich hier nicht unbedingt, kann man einen Unterschied gegenüber dem 13 Pro Max erkennen, das ihr auf der anderen Seite seht. Ich denke mal die Studioleuchten, die ich hier um mich herum habe, sind hell genug, dass sich hier bei diesem 14 Pro Max die höhere Helligkeit aktiviert. Des Weiteren haben wir jetzt hier neu ein Always-On-Display. Laut Apple wurde dafür auch das Display technisch überarbeitet, besitzt jetzt einen neuen Display-Controller und kann seine Bildwiederholfrequenz in diesem Always-On-Zustand auf 1 Hz reduzieren. Dadurch wiederum soll es sich da nicht so stark auf die Akkulaufzeit auswirken. Laut Apple sogar gar nicht, aber ob das wirklich so ist, das muss ich noch testen. Es ist schon sehr ungewohnt, muss ich sagen. Im Endeffekt sieht das iPhone nämlich die ganze Zeit so aus, wenn es gesperrt ist. Und dafür, dass es in diesem Zustand gedimmt ist, hat das Display immer noch eine angenehme Helligkeit. Es lässt sich also durchaus gut ablesen. Persönliche Informationen sind in diesem Zustand natürlich ausgeblendet. Das Ganze harmoniert natürlich auch sehr schön mit den neuen Sperrbildschirm-Funktionen unter iOS 16. Und all diejenigen, die Always-On letztendlich doch nicht nutzen wollen, können es auch in den Einstellungen ausschalten. So wie es aussieht, deaktiviert sich das Display aber trotzdem automatisch, wenn es in der Hosentasche ist. Und wenn ich eine Apple Watch am Handgelenk trage und mich sehr weit weg vom iPhone bewege, erkennt es auch, dass ich gar nicht mehr in der Nähe bin, von Always-On somit nicht profitieren würde und schaltet auch dann das Display aus. Ja und dann kommen wir noch zur für mich persönlich interessantesten Neuerung. Die neue Aussparung oben für Face-ID und die Kamera. Die neue Variante der Notch, die jetzt von Apple Dynamic Island genannt wird. Laut Apple sollen auch die Display-Ränder etwas dünner geworden sein, aber selbst im direkten Vergleich zum Vorgängermodell glaube ich da wirklich nur einen feinen Unterschied zu erkennen. Interessant ist hier auf jeden Fall, dass die Aussparung oben eigentlich so ähnlich aussieht wie bei den ganzen Leaks, die wir früher gesehen haben. In diesem Zwischenraum werden einfach nur per Software die Pixel ausgeschaltet, damit das dann wie eine durchgehende Fläche aussieht. Höchstens wird es dann für solche Punkte, also solche Indikatoren genutzt, wie man hier sehen kann. Aber kommen wir zum interessanteren Teil. Der Grund, warum es Dynamic Island heißt, ist, weil sich dieser Bereich hier oben dynamisch anpassen kann. Also Apple hat tatsächlich einen Weg gefunden, dass diese Zeile hier oben, in der sich diese physische Aussparung befindet, nicht mehr so, ich sag mal, nutzlos wie vorher ist. Viel konnte die Software ja früher hin nicht machen, außer links und rechts von der Notch gewisse Basisinformationen anzuzeigen. Aber so, wie gesagt, wird das jetzt viel sinnvoller genutzt und dadurch, dass die Notch jetzt so gut in die Software mit eingebunden wird, bin ich mir sicher, dass sie für viele mehr in den Hintergrund rücken wird. Man wird sicher in vielen Situationen vergessen, dass das da oben ist. Außer natürlich, wenn man Videos und Fotos betrachtet. Da ist natürlich diese physische Unterbrechung eindeutig zu sehen. Ja, aber ganz allgemein gefällt mir die Umsetzung bisher wirklich gut. Es wirkt alles sehr natürlich, auch in Verbindung mit diesen schönen Animationen, die auch sehr flüssig ablaufen. Vor allem ist mir auch positiv aufgefallen, dass ich mit dem Finger auf die sozusagen toten Stellen tippen kann, wo Face-Eddy oder die Frontkamera ist. Und trotzdem wird erkannt, dass ich das Display berühre, wahrscheinlich an den Rändern rundherum. Ich habe euch aber jetzt definitiv noch nicht alle Situationen mit der Dynamic Island gezeigt. In meinem Review gibt es dann auf jeden Fall mehr zu sehen. Die neue Kamera muss ich natürlich mal testen, damit wir dann in der Praxis sehen, was sich wirklich verbessert bzw. verändert hat. Was ich aber hier schon mal erwähnen kann, ist, dass wir jetzt statt einer 12 eine 48 Megapixel Hauptkamera haben. Das iPhone macht die Fotos zwar mit 48 Megapixel, aber durch Pixel-Binning werden dann immer jeweils 4 Pixel zu einem zusammengefasst und der Output ist trotzdem ein 12 Megapixel-Foto. Aber eben laut Apple ein qualitativ deutlich besseres Foto als zuvor. Will man aber trotzdem ein Foto mit voller 48 Megapixel-Auflösung aufnehmen, dann macht man einfach ein Pro-Raw-Foto. Und natürlich dadurch, dass es Raw ist, hat man auch einen großen Bearbeitungsspielraum. Durch die 48 Megapixel ist hier auch eine neue Zoom-Option hinzugekommen. Beim 13 Pro haben wir 0,5, 1 und 3 und hier ist dazwischen noch eine Option mit einem zweifachen Zoom hinzugekommen. Ansonsten ist doch der Sensor deutlich größer geworden, aber ich mach's jetzt kurz, alle drei Kameras sollen jetzt laut Apple bessere Fotos machen, vor allem auch bei schlechten Lichtverhältnissen und unterstützt wird das Ganze auch durch die neue Photonic Engine, also eine bessere softwareseitige Anpassung. Der Blitz ist hier laut Apple auch heller geworden und natürlich wirken sich die technischen Verbesserungen hier auch auf die Videoaufnahme aus. Speziell neu bei der Videoaufnahme ist jetzt, dass der Kino-Modus auch 24 FPS unterstützt und ganz allgemein jetzt auch maximal 4K HDR 30 FPS. Statt zuvor maximal 1080p 30 FPS. Für Videoaufnahmen gibt es auch diesen neuen Action-Mode, der sorgt allerdings für einen starken Crop, also das Bild wird stark zugeschnitten und wir nehmen dann nicht mit 4, sondern mit 2,8K auf, aber für extremere Bewegungen hat man dann hier schon eine wirklich gute Stabilisierung. Und auch die Frontkamera werde ich natürlich testen, auch die soll insgesamt bessere Fotos machen, vor allem auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Vor allem besitzt die Frontkamera jetzt aber auch einen Autofokus. In den iPhone 14 Pro und 14 Pro Max arbeitet jetzt der neue A16 Bionic. Laut Apple soll der neue Chip mehr Performance bieten, aber gleichzeitig effizienter sein, also sparsamer. Ein erster CPU-Benchmarktest hier in Geekbench 5 zeigt schon eine Verbesserung, eine Steigerung, auch bei der Single-Core-Leistung, aber es ist im Endeffekt nur ein kleiner Sprung. Für die Grafikleistung gilt, wie man hier sehen kann, das Gleiche. Beim GPU-Benchmarktest erzielt das neue iPhone jetzt 1000 Punkte mehr, also eine Verbesserung ist da, aber auch das wie gesagt ein kleiner Sprung. Was die Akkulaufzeit angeht, sollen 14 Pro und 14 Pro Max jeweils gegenüber ihrem Vorgängermodell eine Stunde mehr Video-Wiedergabe bieten. Ansonsten soll sich aber hier nicht viel verändert haben. Ob das wirklich so ist, darauf bin ich schon sehr gespannt, vor allem eben wie gesagt wegen Always On. Ansonsten ist in allen neuen iPhones jetzt Bluetooth 5.3 statt zuvor 5.0 verbaut. Die neuen iPhones besitzen noch eine Unfallerkennung, dafür wurden auch die entsprechenden Sensoren, wie zum Beispiel der Gyro oder der Beschleunigungssensor verbessert. Sie können also einen Verkehrsunfall erkennen und anschließend automatisch den Notruf wählen. Definitiv ein Kritikpunkt für mich, wir haben hier nach wie vor einen Lightning-Anschluss verbaut. Ich weiß, manche stört das nicht, mich stört das aber schon, weil ich gefühlt bei fast allen Geräten, die ich sonst nutze, schon USB-C habe. Und zum Schluss, für uns weniger relevant, in den USA und in Kanada unterstützen die neuen iPhones jetzt Satellitenkommunikation. Was vor allem in Regionen praktisch sein kann, in denen es keine Netzabdeckung gibt. Außerdem werden in den USA die iPhones jetzt ohne SIM-Kartenfach ausgeliefert. Dort wird also nur mehr auf die eSIM gesetzt und nicht mehr zusätzlich auf eine physische SIM-Karte. Es sind dann im Endeffekt die Preise, vor allem hier bei uns im Euroraum, die dem Ganzen einen bitteren Beigeschmack hinterlassen. Bekanntlich sind ja die Preise in zum Beispiel Dollar oder Schweizer Franken gleich geblieben. In Euro sind sie aber leider aufgrund der aktuellen Situation deutlich gestiegen, vor allem auch aufgrund des aktuellen Euro-Dollar-Kurses. Und ja, es mag zwar einen Grund dafür geben, aber das ändert nichts an der Tatsache dran, dass man jetzt mindestens 1300 Euro bezahlen muss, wenn man ein 14 Pro mit 128 GB haben möchte. Und entscheidet man sich für ein 14 Pro Max oder eine der höheren Speicheroptionen, dann wird es noch teurer. Ja, aber soweit mal mein erstes Video zu den neuen iPhones 14 Pro und 14 Pro Max. Ich werde sie jetzt jedenfalls mal intensiv testen und es wird bald von mir ein ausführliches Review geben. Wenn ihr mich also noch nicht abonniert habt, aber an weiteren Videos von mir dranbleiben wollt, dann klickt auf Abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.